Was ist denn in diesem Video passiert? Okay, ich bin fertig. Kannst du kommen? Ja, gucken, komm. Ich habe uns ein Haus gebaut. Oh, wow! Wie findest du es? Ich finde es traumhaft. Willkommen zu Fortnite! Und Leute, lange ist es her. Das letzte Video kam, glaube ich, vor über einer Woche. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder zurück. Und ich habe eine mega nice Idee für ein Video. Und zwar gibt es eine Internetseite, wo man sich Mädchen beziehungsweise Frauen oder Jungs kaufen kann, damit sie mit einem spielen. Hört sich sehr, sehr komisch an. Aber auch irgendwie interessant und cool. Ich habe so etwas Ähnliches ja schon mal auf Pfeiber gemacht. Und diesmal ist es kein Coaching, sondern einfach nur, ich kaufe mir sozusagen Freunde. Weil ich keine Freunde habe, okay? Ja. Und Leute, falls ihr mich noch nicht supportet bei Supporter Creator, könnt ihr es natürlich gerne machen. Ihr müsst einfach nur Maxi vergeben, so wie es da gerade steht. Und es darf 14 Tage erneuern. Und ja, Leute, das Ganze machen wir auf meinem ein Secret Undercover-Account, aka XXJuniorVHDXX. Wow. Was ist dein Name? Okay, Attacke. Rein in Chrome. So, okay, was geben wir ein? E-Girl kaufen. Ja. Oh. Okay, Leute. Wir sind da vor Seite. Die Seite heißt Epi. Muss ich Werbung einblenden? Ich weiß es nicht. Hashtag Werbung, unbezahlte Werbung. Leute, ich kriege kein Geld dafür, okay? So, okay, wir sind jetzt in der Fortnite-Kategorie. Hier gibt es so viele, mit denen man spielen kann. Und die man sich kaufen kann. Zwei Euro, das ist irgendwie richtig weird. So, ich brauche jemanden, der Deutsch spricht. Alter, warum kostet die 100 Euro? Ich glaube, ich mache mir auch so ein Profil. Damit kann man einfach reich werden. So, wie kann ich jetzt darauf spezialisieren, dass es Deutsche sind? Deutsche Sprache. Okay, es gibt nur drei Stück. Egal, die ist sogar gerade online. Rein da. Games, äh. Ich will drei Runden mindestens. Ich will zwei Runden mit dir spielen. Attacke. Ja. Haha. Easy, Alter. Erste Zahlung. Hallo. So. Oh, ich habe eine Nachricht abgeschickt. Geil, dafür gibt es Sounds. Emoji noch dazu. Ja. Geil. Haha. Ich hoffe, sie antwortet mir schnell. Ich habe Bock zu zocken, Alter. Vielleicht wird das ja meine Freundin, Leute. So, und nebenbei schreiben wir jetzt noch ein paar andere an. Halli. Hallo. Und das haben wir auch nochmal rein. Zwei Runden. Rein da. Yes. Zweite Bestellung ist auch raus. Ist ja noch jemand. Stimmt. Da gehen wir auch noch rein. Und die dritte Zahlung ist auch durch. Einfach drei Stücke gekauft. Ich hoffe, irgendeine von denen antwortet. Denn ich hätte echt gerne eine Freundin im Fortnite. Ich bin so alleine. Zwei Stunden später. So. Okay, Leute. Wie soll ich sagen? Die ganzen, die ich angeschrieben habe, hat keiner geantwortet. Ich habe weiter versucht, bei irgendwelchen anderen Leuten. Und jetzt endlich habe ich jemanden dazu bekommen. Sie heißt Suki. Und ja. Wir spielen jetzt. Geil. Hast du eine Frage gesendet? Ja. Sag mal deinen Namen. XX Junior VHD XX. Der einzig wahre Name, Leute. Okay, Leute. Ich habe eine Einladung bekommen. Ja. Okay. Warte. Ich muss männlich sein. Yo. Männlich. Leute. Ich werde so hart reinzimpen. Das werdet ihr nicht glauben, Alter. Hallo. Kannst du mich hören? Ich höre dich. Ja. Perfekt. Hi. Schön, dass du da bist. Schön, dass es klappt. Ja. Ich freue mich. Ich bin mega hyped. Wie soll ich dich nennen? Nenn mich Junior. Okay. Perfekt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Oh, warum das denn? Das ist das erste Mal, dass ich mit Mädchen spiele. Oh, okay. Ja. Weird. Ich glaube, es ist nicht viel groß anders als, ne? Meinst du? Also, die Jungs beleidigen mich immer. Ich weiß nicht, ob du mich auch beleidigen wirst. Wenn du es möchtest. Nicht unbedingt. Also, es gibt ja solche Anfragen, ne? Anfragen? Das ist gar nicht so. Leute, was ist hier los? Das fängt schon mal richtig wild an. Da hat er mir an einem Tag geschrieben, ja. Sorry, ich kann nicht. Meine Herren hat es mir verboten, miteinander zu spielen. Was? Ja. Oh, ich hab ne Idee, Leute. Am Ende fragt, ob sie mit mir zusammen sein möchte. Ja. Oh ja, das ist ne gute Idee, oder? Aber ich mach's so richtig awkward. Oh, yes. Leute, ich muss extra schlecht ausspielen. Okay, damit es zu meinem Level passt. Auf einer Scala von 1 bis 10. Wie gut ungefähr bist du? Äh, 1 ist so wie Trimax. Ron. Und 10 ist so wie Mongral. Ja, keine Ahnung. Der Ron. No hate. Ich liebe dich. Relativ gut, aber Rage schwierig. Kann das sein? Ich glaube, Revi ragt ein bisschen mehr als Trimax, aber ja. Ja, Revi ist ein ganz schlimmer. Boah. Ganz schlimm. Nein, Revi, ich hab dich auch lieb. Bitte hasst mich nicht. Schau, ich bin nicht gern an. Ja, ich hab früher auch krass so einen Rage-Aspekt gehabt. Ich auch, als ich ganz klein war. So 14 ungefähr. Oh, ich hab... Hast du's auch gehört? Ja, entweder waren das Bots oder es war ein Gegner. Oh, ich weiß nicht, was das ist. Gegner an, oder? So, okay. Hello. Oh Gott, wie komm ich denn hier raus? Erstmal, ich brauch mal eine Tür oder so. Dann bitte nicht zu weit vorne. Ey, ich bin hier irgendwo drin. Okay, nicht weg. Ah. Äh, ich hab's. Ey, oh. Kann sein, dass er jetzt Mörf ist? Äh, nein, die waren nur ein bisschen lost. Ich hab hier... Ich hab einen großen Schildrang für dich. Oh, vielen Dank. Das ist schön. Richtig schön Schleim, Leute. Ich muss richtig schleimig. Ich muss richtig schleimig sein. Äh, ich hab hier sogar noch eine Waffe für dich, wenn du möchtest. Wie nehm ich den denn, wenn ich folgen darf? Lost. Lost. Äh, linke Maustaste. Ja, okay, gut. Ich glaube, die Gegner, die wir bekommen, Leute, sind richtig lost. Schleim von dem ersten Pfeil, du hast mich sehr beeindruckt. Dankeschön. Das nette Kompliment. Jetzt werde ich schon langsam rot hier. Oh. Das ist ja süß. Leute, sie hat mich süß genannt. Ja, geil. Aber Mina, die sind Gegner. Okay, ich sehe sie. Ich glaube, die haben mich auch gesehen. Ja, die sind im Busch vor uns. Genau, East. Oh, werd nicht gesniped, werd nicht gesniped, bitte werd nicht gesniped, werd nicht gesniped. Ich baue sie. Snipen so ein bisschen auf mich. Oh, fuck. Auf einen einmal getroffen. Oh, ich muss sie hier so schnell am hochbauen. Oh mein Gott. So sorry, da komme ich liegen da, ja. Alles gut. Hat nur nach oben gebaut. Einer ist im Baum drin. Wird es den Baum vielleicht kaputt machen? Dann fällt er runter. Okay, okay. Ich versuch's. Los, fülle ich ihn. Fülle ich ihn. Ja. Der schießt auf mich, der schießt primär auf mich. Der schießt unter mir irgendwo? Ja, ich schieß das unter dem Baum. Ne, ne, boah, wir, boah! Er ist tot. Hab ihn. Er ist tot? Ja. Holy shit, Mann. Du bist doch niemals Level 8. Oder hast du vorher gespielt? Ich hab davor Valorant gespielt. Oh, mein absolutes Lieblingsgame zurzeit. Ich brauch Minecraft. Okay, ich glaub Minecraft hat aber wie jeder gespielt. Ja. Leute, schreibt mir in die Kommentare. Habt ihr schon mal Minecraft gespielt? Willst du auch in meinen Tower rein? Oh, du machst deinen eigenen Tower. Okay. Ja. Mein kassender Ausgift. Sehr schön. Schönes Wetter, oder? Ja, sehr schön. Ich hab mich gesmiped. Ich will nicht zu aggressiv spielen, Leute. Ich würde sagen, wenn die Zone gleich zu ist und dann ein neuer Kreis ist, da gehen wir dann hin. Probieren wir da reingehen. Okay. Bring mal hoch zu mir. Komm mal hoch. Jetzt mach ich hier den Jump-Head, okay? Okay. Eins, zwei, drei. Woo! Woo! Äh, einfach Leertaste spammen. Hier unten ist da einer. Vielleicht können wir den töten. Es ist nur einer. Es ist nur einer. Fliegt der hinterher? No. No. No, no, no. Do it. Äh, das ist ein bisschen doof hier. Aber egal, wir schaffen das. Kannst du die Treppe editieren vielleicht? Die Treppe? Oh Gott. Ganz oben ist einer drauf. Oben steht einer drauf. Der kommt jetzt runtergesprungen. Oh, schönes Ding. No, there were one SP. No. So geil gespielt. Jetzt bist du endlich weiblich. Irgendwas so männlich. Ja. Jetzt bin ich endlich weiblich. Steht dem mehr. Oh, okay. Dankeschön. Kompliment gemacht, Leute. Ich bin wieder am Start. Scheiß auf Win, Alter. Das Gute ist, die kennt meine Stimme nicht, Leute. Das ist free, Alter. Endlich. Normalerweise war da immer ein Heli-Spot. Ich weiß nicht, ob da jetzt wieder einer da ist oder nicht. Ist hier oben gar nichts mehr. Sind hier keine Bots mehr? Leute, die haben den Spot hier geändert. Leute, die haben den Spot geändert. Leute, jetzt kann ich ein Haus bauen. Jetzt kann ich versuchen, ein Haus zu bauen. Kannst du vielleicht ein bisschen Holz farmen? Äh, ja. Das kann ich tun. Ich lasse dir sogar das Holz farmen, Leute. Für das Haus. So, wie kann ich denn das Holz droppen? Na I. Und dann raus schmeißen. Inventar und dann raus. Ja. Okay, warte mal kurz. Äh, kannst du dich vielleicht ganz kurz hier drinnen hinstellen? Nee, ja. Das kann ich tun. Gut dann. Kurz warten. Ich baue kurz was. Oh, Leute. Ich versuche jetzt ein Haus zu bauen. Okay. Erwartet nicht zu viel. So, das wird der Boden. Scheiße, ich baue das Haus viel zu groß, Alter. Dauert kurz. Nicht gucken, ne? Leute, ich mache das Haus zu groß. Okay, dauert ein bisschen länger. Ich fülle kurz nochmal Holz, okay? Okay. Shit. Einfach kein Holz mehr. So, und jetzt baue ich weiter. Okay. Warte, ich baue das ganz kreativ. Das wird die zweite Ebene. Gleich fertig, gleich fertig, gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Ein paar Sekunden. Ja, ich baue hier in der City Bude ab. Okay, ich bin fertig. Kannst du kommen? Ich kann gucken, komm. Ja. Oh, wow. Ich habe uns ein Haus gebaut. Wie findest du es? Ich finde es traumhaft. Oh mein Gott. Ja. Wie geil ist mit Melinda. Ja. Aha. Willst du hier mit mir wohnen? Ja, absolut. Ja. Ja. Ich fände, dass das echt cool macht. Ja, ne? Jetzt habe ich zwar kaum noch Material, aber ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Ja. Oh, das ist süß. Ja. Kann ich davon ein Screenshot machen? Warte mal. Ja, klar. Stell dich ruhig mal, stell dich genau an die Tür. Fertig? Hallo? Äh. Wait, was ist los? Ist sie rausgegangen? Nein, sag ich. Sie ist rausgegangen. Bist du noch da? Sie ist raus, glaube ich. Hallo? Oh, ich glaube, meine Internet ist gone. Ne, meine Internet ist nicht gone. Sie ist gone. No. No. Sie ist dead. Nein. Nein. Sie hat mich verlassen, Leute. Nein. Nicht. Stopp. Stopp. Schieß nicht auf sie. Hör auf. Ah, no. No. Äh. Ich hasse euch. No. Ich habe kein Leben. Nein. Sie hat mich einfach verlassen. Ich habe so ein schönes Haus gebaut. Willkommen zurück. Ja. Hey. Sorry. Ich bin leider gestorben. Da kam dann ein Gegner und er versucht sich zu beschützen, aber ja, hat nicht geklappt. Tut mir leid, ich bin kein richtiger Ritter. Nein, nein. Alles perfekt. Leute, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen. Und wie gesagt, auf meinem Main-Kanal könnt ihr auch vorbeischauen. Da sind wir kurz vor. Eine Million Abonnenten. Wenn wir die erreichen, mache ich eine Facecam. Oh yeah, Leute. Das wollt ihr doch alle sehen, oder? Und dann lade ich, by the way, auch, äh, oder beziehungsweise ich habe da ein Video hochgeladen mit meinen beiden Hunden. Mega geiles Video. Schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Würde mich mega freuen und, äh, ja, wir machen jetzt weiter. Ich mag dich. Du bist nett. Oh, danke schön. Du auch. Danke. Ich würde so zurückgehen. Oh, Leute, ich kenne euch doch. Ihr werdet ja alle bestimmt so viele Freundschafts-Anfragen schicken, Alter. Lasst ihr in Ruhe. Das ist mein Girl. Oh, Gott. Ich hoffe, keiner nimmt das wirklich ernst. Das ist alles nur ein Joke, okay? Wir leben in einer Matrix. Erfindet den Chat, so wie es da links unten steht. Wollen wir zusammen anstoßen? Ja, okay. Auf eine gute Vorteil-Runde. Äh, ja. Woo. Maximal Cringe, Leute. Let's go. Cringe ihn in den Chat, wenn ihr es auch Cringe findet. Wollen wir nochmal anstoßen? Klar. Okay. Jetzt sagst du was. Ja, auf einen guten Sieg, ne? Ja. Joink. Oh, hinter mir ist ein Hai. Oh, oh. Wie, hier gibt es noch Haie? Ja. Oh, oh. Ich glaube, der will mich essen. Aua. Er hat mich gebissen. Weg da, weg da. Wir haben zwar bis jetzt noch keine Kids, aber das ist ja nicht schlimm. Hauptsache, wir kriegen einen Win irgendwie. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Wir sind ja so gleich in der Sauna. Haben zwar immer noch null Kids. Ey, wie kriegst du den Helikopter dahin, wenn du magst? Okay. Äh, der Helikopter ist bei mir unsichtbar. Hey. Ah, er ist wieder da. Oh, leid. Äh, links siehst du die? Schieß mal auf den anderen Helikopter. Ja, mach ihn kaputt. Komm, wir jagen ihn. Komm her, Gegner. Schön weiter drauf schießen. Schieß mit der R und schieß auf den Propeller oben. Dann geht er kaputt. Ja, aber ich hab nur noch vier Schuss. Okay, dann übernimm du kurz das Steuer, dann blick ich, okay? Nein, ich wurde krass. Oh. Oh mein Gott, war das dumm. Wir wurden mal Ege drüben. Nicht schlimm. Ach, du Scheiße, das wird nicht. Warte. Ich hätte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ja, ach Gott, wo bist du da oben? Hast du irgendwie Leben, was du hochwerfen kannst zu mir? Minis oder so? Ich hab halt auch kaum Mads. Äh. No. Da kommt noch einer. Ja, die sind beide... Die kannst du holen. Über mir? Mann, die waren so schlecht. Ich hab keine Mads, Alter. Die sind zu schnell weg, Mann, die Mads. Einfach auf die Schießmette, komm. Oh, jetzt wieder unten, ne? Ich glaub an dich. Ja, ich auch. Kannst du auch meine Karte holen? Da ist auch noch Loot oben. Oh, hinter die ist einer? Ja, Oben, was schießen die denn? Nicht schlimm. Ach, du meine Güte. Nicht schlimm. Ja, okay. Oh. Die Runde war nicht so worth it, Alter. Aber Levelaufstieg. Naja, waren trotzdem gute Runden. Machen wir keine mehr? Äh, nee, heute nicht mehr. Oh. Aber vielleicht morgen oder so. Okay, darf ich dich noch was fragen? Ja, gerne. Also, ich bin sehr nervös wegen der Frage. Leute, das wird jetzt so cringe. Ähm, ähm. Möchtest du mit mir zusammen sein? Schwierig. Ich glaube, wir müssen uns dafür erst näher kennenlernen, okay? Oh, okay. Schade. Ich hab noch eine Frage. Ja, na dann, hau raus. Äh, darf ich das auf YouTube hochladen? Wenn du möchtest, ja, gerne. Okay, danke. Also, gut, ich hab die Einverstanden. Das freut mich. Ja, kann ich dir jetzt eine Frage stellen? Ja. Kannst du mein Twitch dazu verlinken? Kann ich machen, klar. Easy. Okay. Leute, schau einfach in der Videobeschreibung vorbei, dass der Link einfach mal Werbung macht. Warum nicht? Hat Spaß gemacht. Oh, vielen Dank. Ja, mit dir auch. Danke. Das ist eine sehr angenehme Person. Vielen Dank. Sehr nett. Ah, Leute. Ha? Findet ihr nicht auch? Ich bin ein richtiger Schammel. Ha? Was meint ihr? Hm? Gut oder nicht so gut? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. So, okay, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch mehr von so welchen Videos sehen wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt auch gerne bei ihr vorbeischauen. Sie hat einen Schein auf Twitch. Und ja, rechts kommt ihr zu meinem Main-Kanal-Video. Da habe ich nämlich ein Video mit meinen beiden Hunden hochgeladen. Und links könnt ihr mich abonnieren auf meinen drei Kanälen, falls ihr noch nicht wusstet. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Tschau! Tschau! Tschau!